Moin und herzlich Willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day und Swing-Tedding Sektion der Formations-Trader. Am Mittwoch, dem 3. Dezember 2014, aktuell ist es 10 Uhr und 57 Minuten, der DAX Leichting Plus mit plus 0,25%. Wir haben ja miteinander darüber gesprochen, dass dieser Markt eine sehr bullische Bewegung gemacht hat und in dieser bullischen Bewegung an die obere Begrenzung des Trendkanals seit dem Jahrestief gelaufen ist hier und hatten wir gesagt, der muss aber jetzt nicht fertig sein. Der kann hier an der oberen Begrenzung erstmal noch ein bisschen weiterlaufen und auch dann muss er nicht fallen, sondern der kann einfach seitwärts laufen und zwischen sich selbst, also dem aktuellen Kurs und der oberen Begrenzung Luft schaffen, um dann im Anschluss eine Fortsetzung zu machen, wieder an die obere Begrenzung dieses Trendkanals. Dafür bräuchte aber der Markt ein neues Allzeithoch. Der muss es schaffen, per Stuttenschlusskurs über die 10.050 zu gehen und gerne bitte nicht um die Eröffnung in den USA, also so 15.30, 16.30. Diese Zeit würde nicht zählen. Entscheidend ist, wenn ich noch eine Sache aus edukativer Sicht nochmal erklären darf, bitte. Normalerweise sagen wir ja, hatte ich in den letzten Tagen auch gesagt, der Markt konsolidiert nach einer Hauptbewegung über eine Nebenbewegung, über den Preis und wenn er besonders bullisch ist, dann konsolidiert er eben nur über die Zeit. In dieser Seitwärtskontrolle, Konsolidierung einer bullischen Seitwärtskontrolle, wie wir sagen, einer Highbase-Formation, rein technisch gesprochen darf der Markt kein neues hoch machen und wieder zurückfallen. Das haben wir gestern gemacht. Das ist eher ein Zeichen der Schwäche. Dann ist es so, selbst wenn wir diese Kerze weglassen, 1, 2, 3, 4, 5 Tage machen wir jetzt diese Seitwärtskonsolidierung und wir sagen, eine Highbase dauert eben 2, maximal 5 Tage. Ab dem 6. Tag, also morgigen Tag, hat der Markt dann das Potenzial, sich dafür zu entscheiden, nee, der ist nicht nur bullisch und der konsolidiert nicht nur über die Zeit, sondern auch noch additiv über den Preis. Und wenn ich jetzt schon dabei bin, wenn der 7., 8., 9. Tag von den Bären wiederum nicht genutzt wird und die Bullen es schaffen, die untere Unterstützung weiterhin zu verteidigen, dann wird es wieder bullisch. Weil dann ist es wiederum eine Highbase, nicht auf Tagesschart-Basis, sondern auf Wochenchart-Basis sogar noch bullischer und hat Potenzial fortgesetzt zu werden. Das Ganze muss man im Kontext betrachten, mit dem Wissen, dass wir heute und am Freitag neu geschaffene Stellen im privaten Sektor und im öffentlichen Sektor plus Arbeitslosenzahlen bekommen und für Europa noch wichtiger EZB-Zinsentscheidung plus Pressekonferenz. Und der Draghi wird dann wieder sagen, ob er druckt, bis die Patrone kracht oder ob er sagt, na, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, bis es richtig losgehen wird. Das heißt, diese Seitwärtskonsolidierung drückt auch aus, dass der Markt hier auf einen neuen Impuls wartet. Was machen wir als Trader? Wir gehen nicht dem Impuls voraus und versuchen vorher etwas zu machen, sondern wir warten, bis hier die richtige Bewegung in den Markt kommt. Entweder wir brechen hier aus, gehen nach oben hin, dann ist das C 10.200 oder wir gehen per Stunden Schlusskurs unter die 9.885. Nochmals, bitte nicht unmittelbar nach Zahlen und auch nicht so zwischen 15.30 und 16.30. Ansonsten, Stunden Schluss unterhalb der 9.885 hat Potenzial eine Fortsetzung zu machen in Richtung der aufwärts gerichteten Trendlinie. Die ist so aktuell im Bereich von 9.700er Marke und im Bereich von 9.700 haben wir auch die ehemals Trendbegrenze in der Linie hier. Widerstand, Widerstand, Widerstand durchgegangen, potenzielle Unterstützung ebenfalls. Hier so um und bei 9.750. Falls diese Zone 9.57, 9.7 nicht hält, hat der Markt sogar Potenzial in Richtung 9.6 zu laufen. Aber 9.6 eher unwahrscheinlich. Ziel eher, falls diese Seitwärtskonsolidierung bärisch aufgelöst wird in Richtung 9.7. Wenn der Markt bullisch aufgelöst werden möchte, jetzt wenn Sie sagen, Mensch, ich bin noch gar kein Daytrader, lass mich doch mal in Ruhe, lassen Sie mich Ihnen noch etwas aus edukativer Sicht zeigen. Bei Continental hatten wir gesagt, dass es eine Bullenflagge ist. Guck mal, wie schön das macht. Und diese Bullenflagge über den Tag, hier, das ist die Hauptbewegung, das ist die Nebenbewegung, da bricht er wieder aus und das ist diese bullische Seitwärtskonsolidierung mit der K und D-Linie umeinander geschlungen und diese Schatten nach unten. Und wenn Sie sich das auf Stundenchat-Basis angucken, das, was der hier im großen Fenster gemacht hat, das macht er auch im kleinen Fenster. Wenn Sie die Formationen selbstständig erkennen können, kann man das immer wieder traden. Also schafft es der Markt, den Ausbruch zu machen, sollte Continental überproportional davon profitieren. Wenn wir es nämlich schaffen, über die 170-Euro-Marke zu gehen, der muss jetzt nicht und der wird auch aller Voraussicht nicht wieder eine solche Bewegung machen, aber auf Stundenchat-Basis hat man hier Potenzial, etwas auf der bullischen Seite zu traden, zum Beispiel hier in Richtung 175, 176. In dem Zusammenhang auf der nicht ganz so starken Seite, unsere Fresenius-Aktie wurde ja heute abverkauft. Wir sind ja super schöne Gegenbewegung. Wir sind ja hier in den Markt gegangen, heute kam eine Abstufung, ich weiß gar nicht von wem. Die haben die Aktie von Kauf auf Hold runter reduziert, haben aber das Ziel von 42 auf 44 hochgesetzt. Das, was hier passiert ist, wir haben schon gestern miteinander darüber gesprochen, das ist eine überkaufte Situation und der Markt nimmt das dankbar an, da machen die Leute Kasse. Wir sind ja übergeordnet in diesem Markt und das übergeordnete Ziel ist im Bereich von 45. Heißt aber nicht, dass wir sagen, nee, wir verkaufen erst, wenn der Markt die 45 erreicht, wie so ein Kleinkind. Nein, wir traden unseren Plan und lassen sich hier von so einer Bewegung nicht kirre machen und dass wir einfach unsere Position hinschmeißen. Noch eine Abstufung gab es heute bei Beiersdorf und bei Beiersdorf, auch das überrascht mich nicht. Schauen Sie, wir hatten miteinander darüber gesprochen, dass hier eine Tretbegrenzende Linie ist. Und wenn der Markt nochmal zurückkommen soll, hier ist die psychologische 70 Euro Marke, hier ist die 20 und die 200 Tage Linie plus wir haben hier diese horizontale Unterstützungszone, was ehemals Widerstand war. Das heißt, wir haben eine vierfache Unterstützung und die Wahrscheinlichkeit ist eben größer, dass diese Unterstützung hält. Eben waren wir nämlich hier unten im Bereich von 69 Euro. Wir haben es aber nicht gehandelt aus folgendem Grund. Bayer hat eine größere Wahrscheinlichkeit zu steigern und auch in Richtung, ich würde diese Linie sogar ein bisschen hochsetzen, da muss sie nämlich eigentlich hin, in Richtung 75 zu laufen und sogar darüber hinaus in Richtung des Allzeithochs in Richtung 77. Das heißt, vom aktuellen Niveau 7%, 10% möglich, 5 bis 7 Euro Chancen und Risiko muss man seinen Stopp hier im Bereich von 67, wenn man es konservativ machen will, 25 setzen. Also 3 zu 5 respektive 3 zu 7 ist das Risiko-Chancen-Verhältnis, weil ich es gerade andersrum aufgezählt habe, was absolut passen würde, was auch technisch bestätigt wäre. Aber Bayer ist jetzt nicht eine Aktie, die in Hurra-Manier jetzt anfängt 20% zu machen. Eher konservative Aktie. Deswegen sind wir hier eher zurückhaltend. Auch Adidas ist abgestuft worden, auch Adidas in Richtung der Unterstützungszone gelaufen. Aber, was ich Ihnen noch zeigen will, ist der TechDAX. Wir hatten ja gesagt, TechDAX finden wir noch interessanter. Gestern ist der TechDAX nochmal zurückgelaufen an die alte Allzeithochmarke und heute versuchen wir den Ausbruch. Ob es uns gelingt, werden wir abwarten. Das ist für uns auch nicht so eminent. Wir haben ja auch gesagt, es kann sein, dass der Markt nochmal zurückfällt. Wir haben eine erste Position aufgebaut und würden nochmal eine zweite Position aufbauen. Hatten aber miteinander darüber gesprochen, dass kurzfristig beim TechDAX sehr viele Werte Potenzial haben, eine Fortsetzung zu machen. Wir hatten gesagt, alles was Nordex in Richtung 15 Euro, 14 irgendwas macht. Hier ist eine potenzielle Unterstützung mit der 20-Tage-Linie, mit der horizontalen Marke. Unterstützung wird gefunden. Es wird eine Fortsetzung. Gerade findet statt. Übergeordnetes Potenzial ist 17. Genauso hatten wir gesagt, Wirecard hat nur das Allzeithoch gemacht. Das war schon vorgestanden. Und falls der Markt nämlich uns den gefallentuteten Pullback macht, hier in Richtung dieser Trendlinie, ich hätte Ihnen gesagt 34,50, macht sogar 34,36, ist eine Fortsetzung wahrscheinlich aktuell. Wunderbare, plus 2,6%. Das sind also 3,6% in zwei Tagen und das ist für einen Swing-Trade. Swing-Trader versucht jetzt nicht für 280 Tage für gefühlte 500% etwas auf der bullischen Seite zu traden, sondern nur für zwei bis vier, fünf Tage eine Bewegung zu traden. Wunderbare Bewegung. In dem Zusammenhang hatten wir ja auch unseren Mentor-Schülern in den Hausaufgaben, vielleicht darf ich Ihnen das noch mit auf den Weg geben, gezeigt, dass bei den Biotech-Aktien noch lange nicht Schluss ist und dass Amgen ebenfalls eine sehr schöne bullische Konsolidierung macht. Das ist die Hauptbewegung, das ist die bullische Seitwärts-Konsolidierung. Macht einen Test der 20-Tage-Linie. Pullback größer, Pullback kleiner, Widerstand wird immer mehr bearbeitet. Am Freitag schon signifikant durchbrochen, Montag mit Schlusskurs bestätigt und gestern eine Fortsetzung mit plus 1,7%. Das sind 2,6% in drei Handelstagen. Superschön. Kein Risiko mehr. Stop-Loss anpassen, wenn er weiterläuft. Wunderbar, wenn er zurückkommt. Kein Problem. War ein Non-Risk-Trade bzw. jetzt ist es ein Non-Risk-Trade. Wenn Sie an unserem Mentor-Programm teilnehmen im Übrigen, bekommen Sie nicht nur die Analysen, die Sie im Laufe der Videos gezeigt bekommen, sondern Sie bekommen Hausaufgaben von uns. Sie bekommen die Setups erklärt und vor allen Dingen wissen Sie auch, wie Sie Ihren Einstieg berechnen können, wie Sie Ihren Ausstieg berechnen können, wie Sie eine Ausstiegsstrategie festlegen können und vor allen Dingen, wie Sie die einfachen Sachen traden und die schwierigen Sachen liegen lassen. Sind Sie ganz herzlich eingeladen, wenn es Sie interessiert, sich über unser Mentor-Programm zu informieren. Was bleibt mir noch Ihnen zu sagen? Na klar. Heute Abend Rohstoff-Tagesausgabe. Sind Sie ganz herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Da haben wir eine Position bei Gold auf der bullischen Seite. Was macht eigentlich Gold? Ja, okay. Plus 0,6% haben wir hier diese Unterstützungszone im Bereich von 1.193 gekauft. Gucken wir, ob wir eine Fortsetzung sehen werden oder nicht. Nachher ist Silvio für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes und unsere Vorderungsausgabe ist ebenfalls schon für Sie da. Schriftlich auf unserer Homepage sind Sie ganz herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Mein Name ist Hamad Aschari und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.